Das britische und das norwegische Königshaus scheinen Frühlingsstimmung verbreiten zu wollen. Das Kronprinzenpaar Harkon und Mette Marit von Norwegen statteten Prinz William und Herzogin Kate einen Besuch auf Schloss Windsor ab. Dort traten sowohl Kate als auch Mette Marit in farbenfrohen Outfits auf. Kate trug einen grünen Hosenanzug mit einer helleren Bluse, die am Hals mit einer hübschen Schleife zugeknotet war. Der norwegische Royal erschien in einem eleganten roten Kleid mit langen Ärmeln und einem am Hals abschließenden Ausschnitt. Die beiden sahen bezaubernd aus. Anlass für den Besuch von Harkon und Mette Marit auf Windsor war zum einen, den Businesssektor mit Blick auf umweltbewusste Faktoren zu fördern. Zum anderen ging es auch um norwegische Literatur und Musik und deren Promotion.